Hallo Leute und willkommen zu einem neuen ultimativen Lucky Block Rennen. Ihr seht schon, diesmal sind wir in einer richtig coolen Lucky Block Stadt. Und jeder hat wieder seine eigene Bahn. Ich bin blau, also habe ich blaue Lucky Blöcke. Brax ist da drüben und er hat gelbe. Was geht? Hi Lumi, was geht? Ich hoffe, du hast Lust auf das heutige Lucky Block Rennen. Wuhu! Aber Brax ist nicht der Einzige. Mit dabei ist nämlich auch mein kleiner Bruder Jimmy. Was geht Lumi? Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, aber warum hast du grüne Lucky Blöcke? Du bist doch orange. Weil heute meine Lieblingsfarbe grüne. Okay, aber ich sehe, du bist ja gar nicht alleine. Neben dir ist ja noch jemand. Odi, bist du's? Ja, natürlich Lumi. Oh, wie cool, dass du auch dabei bist. Ja, ich würde sagen, lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren. Jeder geht jetzt auf seine Seite und es gewinnt der, der zuerst am Ziel ist. Und natürlich wird es am Ende wieder einen richtig coolen Kampf geben. Und jetzt ganz kurz an euch, meine Zuschauer. Was die anderen nicht wissen, ist, dass ich heute pranken werde. Denn jedes Mal, wenn ein Zuschauer heute einen Like da lässt, bekomme ich heimlich ein OP-Item. Vielleicht können wir das ja direkt mal ausprobieren. Könnt ihr einmal einen Like da lassen? Das wäre richtig cool, Leute. Kommt schon. Drei, zwei, eins. Kommt schon, Leute. Lass dein Like da, bitte. Oh, ihr seid die Besten. Wer auch immer das war, du bist der Beste. Danke, dass du ein Like da gelassen hast. Mal schauen, ob noch mehr Leute ein Like da lassen. Aber jetzt habe ich direkt zu Beginn schon mal ein Diamantenschwert. Das wissen die anderen natürlich nicht. Und jetzt würde ich sagen, beginnt auch das Lucky Block Rennen. Okay, dann würde ich sagen, Allaufposition. Das Lucky Block Rennen. Ey, Brexit, es geht noch gar nicht los. Ich habe schon angefangen. Oh, Mann, da würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an. Ah, ihr Doofköpfe. Oh, das war richtig knapp. Ich bin fast ertrunken. Aber wisst ihr was, Leute? Ich baue direkt den nächsten Lucky. Oh, Hilfe, Hilfe. Brexit, du fliegst ja davon. Oh, und? Aha. Hey, hör auf, mich mit Schneebellen abzuwerfen. Nein. Das wirst du wieder bekommen. Komm, schau mal, was ich habe. Hilfe. Ey, Lomi, das ist nicht nett. Woher hast du das Tierschwert? Ich mache dich auch platt, Odi. Aua. Das ist allgemein. Guck mal, ich bin ein Eskimo. Ich habe Mieglou bekommen. Also, Odi, halt dich lieber fern von mir. Sonst mache ich dich wieder kaputt. Hörst du? Ich werde so blöd, Mann. Ja, ja, ja. Okay, Leute. Ich gehe jetzt wieder auf meine Seite und werde meine blauen Lucky Blöcke weiter abbauen. Vielleicht sollten wir Braxy auch noch angreifen. Oh, schaut mal, ich habe Villager bekommen. Aber egal. Ich baue weiter meine Lucky Blöcke ab. Und jetzt habe ich Schneebälle. Vielleicht werden wir Braxy einmal abwerfen. Nimm das, Braxy. Warte mal, Braxy, wo hast du das Schwert her? Hm, das wüsstest du wohl gern. Trotzdem mache ich dich fertig. Ha! Das hast du davon, Dudusel. Ich bin einfach der stärkste im Lucky Blöcke-Rennen, Leute. Okay, jetzt würde ich sagen, bauen wir weiter unsere Lucky Blöcke ab. Und was ist das denn? Ganz viel Wasser. Hm, kommt schon. Und der nächste Lucky Blöcke. Oh, Leute. Ich bekomme gerade wieder nur doofe Sachen Erde. Das heißt, ich brauche wieder eure Hilfe. Kann wieder irgendeiner von euch ein Like da lassen, damit ich wieder coole Hacker-Items bekomme? Schaut mal, Jimmy hat schon Netherite Sachen. Ich brauche auch welche. Also, Leute. Lasst jetzt schnell ein Like da. Ich will auch ein Netherite Schwert und eine Netherite Rüstung. Kommt schon. Alle liken, Leute. Bitte. Drei, zwei, eins. Und jetzt. Kommt schon. Ja, ein Schwert. Und noch ein Like. Schaut mal, es haben gleich ganz viele Leute geliked. Und schon habe ich eine komplette Netherite-Rüstung. Ihr werdet dir aber nicht weiterhelfen. Na und ab. Ich werde dich fertig machen. Siehst du? Und direkt nochmal. Ha, es ist zu einfach, Leute. Meine Rüstung ist einfach die stärkste. Okay, ich werde jetzt direkt weiter die nächsten Lucky-Blöcke abbauen. Warte mal. Das ist ein Lucky-Brust-Panzer. Vielleicht ist der stärker. Den sollten wir austauschen. Und ab zum nächsten Lucky-Block. Oh, Gold. Naja. Braxy, Gold ist gelb. Und gelb ist doof. Deshalb baue ich die nicht ab. Ha. Ich will das haben. Nein, das ist mein Gold. Gar nichts. Weg damit. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Nein, das ist meine. Verschwinde. Ha. Hey. Komm ja nicht zu nah. Hey. Hey. Auf die nahen. Au. Leute, es macht so Spaß. Warte mal. Was macht Odi da drüben eigentlich? Wir beobachten den mal. Der hat nämlich rote Lucky-Blöcke und er kämpft gerade gegen Skelette. Schaut mal. Odi, sieht nicht so gut bei dir aus. Du blöd, Mann. Hilf mir lieber. Aua. Odi, ich rette dich. Während die beschäftigt sind, Leute, werde ich einfach meine blauen Lucky-Blöcke weiter. Ey, aua. Ich brenne schnell ins Wasser. Oh, das war aber knapp, Leute. Jetzt schnell zurück zu den blauen Lucky-Diamanten. Die brauche ich. Die klauen wir, Braxy. Braxy. Hey, die Wild. Nein, das sind meine Diamanten. Danke. Oh, Leute. Blöd, Mann. Ich brauche schnell eine Spitzhacke. Das heißt, ich brauche jetzt schnell eure Hilfe, damit ich mehr Diamanten abbauen kann. Also, Leute. Wer es immer noch nicht gemacht hat, lasst jetzt unbedingt ein Like da. Dann bekomme ich nämlich eine Diamantenspitzhacke. Also, Leute. Alle liken. Kommt schon. Drei, zwei, eins. Und liken. Ja, es hat funktioniert. Ich habe eine Spitzhacke bekommen. Oh, jetzt kann ich Braxy seine ganzen Diamanten klauen. Braxy, schau mal. Danke für die ganzen Diamanten. Hör die Finger davon. Oh, schlag mich noch einmal und ich werde dich mit meinem Netherwise-Schwert platt machen. Hörst du? Das sind meine Diamanten. Gar nichts. Das sind meine. Du verstehst das Spiel anscheinend nicht. Das ist Plucky Block... Blockrace. Das ist Plucky Blockrace, du Doofkopf. Ja, vielleicht würdet ihr lieber Deutsch lernen. 14 Diamanten für Lumi. Wie cool. Aber jetzt sollte ich weiter meine Lucky-Blöcke abbauen, Leute. Oh, Jimmy. Was willst du jetzt auf meiner Seite? Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Ich kann nie ins End gehen, aber irgendwie geht das nicht. Weißt du warum? Oh, vielleicht musst du erst den Diamant aufheben. Äh, okay. Verhilfe! Oh! Oh? Was finde? Ich will nichts von dir wissen, Lumi. Okay. Und was willst du da drüben, Odi? Lass mich! Du Blühtmann! Schlag mich lieber nicht. Ich habe eine richtig starke Rüstung, Odi. Ja? Geh weg, geh weg! Vielleicht sollte ich ein paar von deinen Lucky-Blöcken klauen. Ey, nein! Oh, Diamant, den brauche ich. Ey, ey, ey! Das ist meiner! Ich kriegst du mich! Verschwinde! Ha! Jetzt schnell! Und zack! Meiner! Ha! Ich habe einfach... Oh, die sind Diamanten geklaut, Leute. Schaut mal! Oh, die... Ey! Ey, ich habe nur noch zwei Herzen. Hör auf damit! Oh, Leute. Okay. Jetzt brauchen wir eine Werkbank, damit ich mir noch mehr Diamanten-Sachen bauen kann. Also, ich glaube, diesmal müsst ihr alle abonnieren, Leute. Denn dann bekomme ich vielleicht einen Crafting-Table. Also, Leute, abonniert alle. Das wäre richtig nett von euch. Okay, seid ihr bereit? Drei... Zwei... Eins... Und abonniert jetzt! Kommt schon! Habt ihr das gesehen? Ja! Einer kam vom Himmel geflogen. Ihr seid die besten, Leute. Aua! Praxy, halt ja Abstand! Was war das? Ja? Äh, das... Äh, ein... Eine Werkbank, warum? Wie hast du die bekommen? Das geht dich gar nichts an und jetzt verschwinde! Ha! Okay, Leute, jetzt sollten wir uns schnell ein paar neue Diamant-Sachen bauen. Hm, warte, was kann man sich alles bauen, Leute? Habt ihr eine coole Idee? Hm, vielleicht ein Diamant-Helm, aber ich habe ja eine Nether-Wide-Rüstung. An sich bringt das nichts. Vielleicht können wir unsere Diamanten noch einfach für später aufheben. Vielleicht kann man ja am Ende richtig coole Sachen bauen. Ich behalte die erstmal und baue lieber weiter meine Lucky-Blöcke ab. So! Und weiter! Und immer... Hä? Hey, hallo, nein! Oh, Mann! Das hat wehgetan! Haha, du Dummkopf! Lass du mich etwa aus, Udi? Muss ich dich etwa erst platt machen, hä? Ey, geh weg, du Doof-Kopf! Hm, jetzt klaue ich ein paar von deinen Lucky-Blöcken. Ich klaue dich einfach von deinen, du Doof-Kopf! Haha! Oh, das wirst du nicht. Jimmy, hör mir zu! Udi klaut gerade bei mir! Ich gebe dir zwei Diamanten, wenn du ihn ausschaltest für mich! Hm, ja, okay, na gut, okay, zwei Dias sind genug. Ich verschwinde von hier! Ey, was willst du hier? Hau ab von hier! Los! Udi, ich sag's nicht nochmal! Oh, Jimmy! Das hast du cool gemacht! Du bist der Beste! Dankeschön! Kein Ding! Okay, Leute, jetzt werde ich weiter meine Lucky-Blöcke abbauen und... Oh, diesmal ist wieder Gold! Das kann ich einfach mit meiner Diamantspitzhacker abbauen, die ich dank euch bekommen habe! Danke, Leute, ihr seid einfach die Besten! Jetzt kann ich hier alles abbauen! Zack, 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 zack! Oh, Leute, ganz kurz, was macht Braxy da hinten eigentlich? Der steht da! Was macht der da? Oh, oh! Braxy, was hast du da gemacht? Sag ich dir doch nicht! Du wirst mir das sagen, oder? Ich werde dich platt machen, hä? Ich habe nur... Äh... Oh! Was war das denn? Das war ja richtig laut! Ja, okay, ich vertraue dir, Braxy, aber weh, du hast mich angelogen, ja? Hörst du? Hm, hm, okay, dann würde ich sagen, Leute, geht's jetzt weiter! Ich, äh, aua, was war das denn? Ich brenne! Aber ich habe so eine starke Rüstung, das kann mir gar nichts! Und, oh, schaut mal, Jimmy hat eine komplett verzauberte Nether-White-Rüstung! Wo hat ja die denn her? Leute, damit kann ich gar nicht mithalten! Ich brauche auch so starke Items! Ihr wisst, ich prank die drei doch heute! Das heißt, Leute, alle nochmal einen Like da lassen, damit ich auch nochmal richtig starke OP-Items bekomme! Vielleicht bekommen wir ja diesmal Goldäpfel! Also, Leute, alle einen Like da lassen, kommt schon! Und, drei, zwei, eins, jetzt, Leute, liken, kommt schon! Und, oh, es hat funktioniert! Wir haben wieder zwei Goldäpfel bekommen! Oh, damit habe ich auf jeden Fall einen großen Vorteil im... Oh! Wow, es liken ja noch viel mehr Leute! Das hätte ich nicht gedacht, dass gleich so viele auf einmal liken! Das heißt, desto mehr Leute liken, desto mehr Sachen bekommt man! Das ist ja cool! Okay, dankeschön, Leute! Jetzt würde ich sagen, gehen wir aber erst mal weiter! Okay, was meint ihr, Leute, soll ich direkt mal so einen Goldapfel essen? Oh, schaut mal, jetzt habe ich zwei goldene Herzen bekommen! Warum? Damit könnten wir es bestimmt schaffen, Jimmy auszuschalten! Hm, Leute, seid ihr bereit? Ähm, Jimmy? Ja, Lumi? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss das tun! Was, was willst du? Nimm! Greif mich nicht an! Doch, ich werde dich platt machen! Na gut, ich habe ihn, Toten! Mach doch, was du willst, Lumi! Das kannst du die ganze Zeit machen! Du bist noch richtig schwach! Ah, Mann! Ah, Greif! Ah, Greif! Lumi, ich rette dich! Mann, oh hey, warum habt ihr mich umgebracht? Das war voll fies von euch! Ah, doppelattage, du Doofkopf! Ich weiß nicht, was du meinst! Oh, Mann, jetzt bin ich wieder hier und muss bis ganz nach vorne laufen! Mann, das ist ja richtig doof! Ach, was ist denn jetzt hier los, Leute? Hier, hier stimmt was nicht! Hilfe! Ich habe einen Wither oder so! Warum wird es auf einmal so dunkel? Was, ein Wither? Das ist ein Wither, Leute! Ist ja etwa aus einem Lucky Block rausgekommen! Leute, wir sollten uns jetzt verbünden, sonst schaffen wir es nicht! Angriff, Leute! Angriff! Greif den an! Los! Oh mein Gott, der ist richtig stark! Oh, der schießt TNT! Ich esse lieber einen Goldapfel! Schnell, schnell, schnell! Und jetzt... Aua, aua, aua! Angriff! Wir brauchen den Bogen! Ich komme nicht nach oben, Jungs! Leute, ich schaffe es nicht! Ich brauche einen Bogen! Das heißt, das ist euer Einsatz, Leute! Also, wer es immer noch nicht gemacht hat, jetzt ganz schnell liken! Ich brauche schnell einen Bogen, Leute! Bitte lasst alle einen Like da sofort, sonst schaffen wir es nicht! Okay, drei, zwei, eins... Jetzt, Leute! Jetzt oder nie! Oh, Leute! Ich glaube, da kam einer! Hier! Danke! Aber wir brauchen noch Pfeile! Also, Leute, wir brauchen mehr Likes! Ja! Perfekt! Liked, 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 liked alle! Die bekommen ganz viel Pfeile! Ja! So ist gut, Leute! So ist gut! Okay! So viele Pfeile sollten reichen, um den Widder zu besiegen! Okay! Rexy, ich habe jetzt einen Pfeil und Bogen! Losgreif an! Beeil dich! Ich werde dich fertig machen! Komm, ich gehe auf den Widder! Angriff! Weg mit dir! Ich schieße ganz viele Pfeile auf ihn! Ich glaube, ich habe ihn! Oh, er ist tot! Oh, Leute! Das war super! Wir haben das nur geschafft, weil wir alle zusammen gehalten haben! Aber wartet mal! Seht ihr das da hinten? Was ist das? Das ist das Ziel! Da werde ich hingehen! Das ist das Ziel! Hey, aber ich habe noch ganz viele Lucky Blöcke! Leute, wir sollten uns beeilen! Ich werde jetzt schnell ganz viele Lucky Blöcke abbauen, weil ich will ja als erstes im Ziel sein! Und Jimmy, was machst du hier auf meiner Seite, hä? Nix, nix! Ich will nur nicht, dass du als erster da ankommst! Na, warte! Nimm das! Und ich werde dich treffen! Au, das tut weh! Du hast mir fünf Herzen gezogen! Bam! Oh, noch mal! Meine Rüstung ist viel zu stark! Gar nix! Du schaffst das nicht! Gleich hab ich dich! Ich muss gleich ein Gold abfressen! Hör auf, nein! Ich muss ein Gold abfressen! Jetzt! Ach, Mann! Mein Totem! Ich hab seinen Totem weg! Jetzt noch mal! Dann hab ich ihn! Hör auf! Ich werd gleich zu dir rüberkommen! Hör auf, Lumi! Leute, Lumi ist unfair! Dann komm doch rüber! Der greift mich die ganze Zeit an! Ich mach dich fertig! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Okay, du hast gewonnen! Ich werd nix mehr machen! Schnell ein Gold apfel! Und dann heißt es... Eingriff! Okay, wenn du kämpfen willst, dann kämpfen wir! Ich mach dich sowieso! So platt! Nein, machst du nicht! Aua! Hey! Er war stärker als ich! Wie konnte er das gewinnen, Leute? Mann, oh! Mann! Ich hab anscheinend doch nicht so viel Herzen gehabt, wie ich dachte! Da bleibt uns nur eins übrig! Wir müssen mehr Lucky Blöcke abbauen! In der Hoffnung, dass wir bessere Items bekommen! Kommt schon, Leute! Ich mach mich auf den Weg! Ich muss nämlich jetzt wieder ein ganzes Stück laufen, weil ich so weit hinten bin! Aber wartet mal! Da ist noch ein Diamantblock von Braxy! Den werd ich schnell abbauen! Oh, meiner, 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 meiner! Oh! Und was macht Jimmy da drüben? Oh! Nicht schon wieder! Oh, Braxy fliegt wieder davon! Und... Oh! Jimmy, wo ist Udi eigentlich? Na, da drüben! Udi, alles gut bei dir? Ja! Aber ich krieg keine Rüstung! Na, weißt du was? Ich geb dir mein Dierschwert! Ich hab ganz viele davon bekommen! Oh, cool! Oh, danke! Ähm... Ich summe, kann auch nett sein, Lumi! Ja! Ja, stimmt, Lumi! Sei nett ein bisschen! Okay! Komm, 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 komm! Was ist denn, Udi? Ich geb dir... Ich geb dir all meine Goldäpfel, wenn du mir deine Rüstung gibst! Hm... Wie viele Goldäpfel hast du denn? 40 Stück! Oh, ganz schön! Okay, dann hätte ich 100 Goldäpfel! Ja, okay, dann nimm meine Ausrüstung! Hier! Hier, die Äpfel! Ah, danke dir, Udi! Du bist ein fairer Typ! Hm... Du auch! Oh, Leute! Okay, ihr Idioten! Hä, was ist denn jetzt los? Während ihr da diskutiert, bin ich fast am Ziel! Nein, 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 nein! Oh, okay, Leute! Wir sollten uns beeilen, bevor Brex hier am Ziel ist! Aber das Tauschgeschäft zwischen Udi und Jimmy hat schon mal funktioniert! Jetzt hat Jimmy keine Rüstung mehr! Richtig dumm! Ha, okay! Jetzt würde ich sagen, Leute, sollten wir uns aber beeilen und ganz schnell die Lucky-Blöcke weiter abbauen! Komm schon! Wir müssen natürlich als erstes im Ziel sein! Ich hoffe mal, dass wir jetzt nur gute Sachen aus den Lucky-Blöcken bekommen! Oh, Mann, hier kommt aber gerade nur Blödsinn raus! Oh, und? Oh, oh! Schaut mal, Leute! Ein Iglo! Das ist ja richtig gemütlich hier drin! Mögt ihr Iglos? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare! Ich finde es richtig cool! Im Winter baue ich auch immer ein Iglo! Aber das bringt... Udi, was will... Hey! Du kommst nicht mehr raus, du Doofkopf! Hey! Das ist der Dank, dass ich dir geholfen habe? Leute, das gibt's nicht! War doch nur ein Witz! Komm raus! Das ist doch nur Schnee, du Doofkopf! Udi, dafür will ich jetzt deine komplette Netherite-Rüstung haben! Ey, Mann! Ach ja, okay! Gib sie mir, oder ich werde dich platt machen! Hier, du Doofkopf! Und dafür kannst du dich mal ganz kurz hierher stellen? Äh, dahin? Hierhin? Geh ein bisschen weiter nach rechts! Hm, warum? Darum! Aua! Oh, du... Blödmann! Aua! Hab dich! Und noch ein Schuss! Haha! Du Blödmann, leg dich niemals mit dem... Äh... Robin Hood Blumian! Robin Blödmann! Aber Leute, dafür haben wir... Oh, dies komplette Netherite-Rüstung! Schaut mal, dies komplett verzaubert! Oh, ich glaube, damit wird uns niemand aufhalten! Schaut euch einfach mal diese übertrieben krasse Rüstung an! Wow! Und guck mal, Leute, Braxy hat nicht mehr viel, dann ist er am Ziel! Das darf er auf keinen Fall schaffen! Deshalb werde ich mich jetzt ganz schnell beeilen, damit... Oh, hey! Was ist das denn? Ich wurde einfach eingesperrt zwischen... Oh, die... Was machen die beiden da? Komm her, Braxy! Ich krieg dich schon! Mann, Lumi, helf mir! Der hat mich gerade getötet! Ja? Gar nicht! Braxy sollte wieder mal lernen, was es heißt Respekt zu haben! Oh, Braxy, jetzt! Du hast Odi getötet! Dafür werde ich dich blatt machen! Oh nein! Oh nein! Leute, ich habe nur noch zwei Herzen! Wir... Wir... Aua, aua! Glück gehabt! Das hat mich zweit nicht mal geschafft, ihr Doofköpfe! Ja, aber ich habe einen Bogen! Dafür hast du keinen Bogen, Braxy! Lass meine Freunde in Ruhe! Oh, was mischst du dich jetzt ein, du Blödmann? Lass meine Freunde in Ruhe, habe ich gesagt! Lass Lumi in Ruhe, du Doofköpfe! Bravo! Das hat wehgetan! Hör auf damit! Oh nein! Leute, Braxy, seine Rüstung ist so stark! Ey, jetzt greift mich auch noch Jimmy an! Was ist hier los? Leute, das ist euer Einsatz! Ich brauche eure Hilfe! Und zwar brauche ich ganz dringend ein Schild, damit ich mich vor den beiden schützen kann! Also, ein Zuschauer muss jetzt unbedingt noch mal einen Like da lassen, damit ich ein Schild bekomme, Leute! Ihr wisst doch, ich prank die drei heute! Also, lasst bitte noch mal einen Like da! Irgendeiner! Nur ein einziger von euch, bitte! Hä? Mann, ihr sollt... Ihr sollt nicht abonnieren! Wenn ihr abonniert, bekomme ich Fleisch, Leute! Wenn ihr mir helfen wollt, müsst ihr liken und nicht abonnieren! Macht schon! Hä? Warte mal, was war das denn? Jetzt hat einer einen Kommentar geschrieben! Nein, ihr sollt nicht kommentieren! Ihr sollt liken! Ich brauche ein Schild, Leute! Macht schon! Oh! Ja, endlich hat einer geliked! Seht ihr? Perfekt! Jetzt habe ich ein Schild! Das kann ich in meine linke Hand machen! Und immer, wenn mich jemand angreift, werde ich einfach das Schild davor halten! Und dann kann mich niemand mehr aufhalten! Denn jetzt habe ich offiziell die stärksten Items, Leute! Danke, dass ihr mir so doll helft! Ihr seid wirklich die Besten! Okay, jetzt würde ich sagen... Bom, wir schneiden die Lucky Blöcke Walte ab! Wir sind nämlich gleich schon am Ziel, Leute! Also kommt schon! Beeilung, Beeilung, Beeilung! Oh! Hm? Hey! Hey! Das war eine Falle! Ich fliege! Leute, Leute! Oh! Aua! Das hat wehgetan! Und was guckst du mich eigentlich so dumm an, Braxy? Was willst du von mir, hä? Das kriege ich noch! Das werden wir sehen! Leute, was ist eigentlich stärker? Ein Nether-White-Helm? Oder ein Schildkrötenpanzer? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare! Ich werde einfach den Schildkrötenpanzer nehmen! Ich finde, der sieht ganz lustig aus! Okay, jetzt aber, Leute! Ich muss vor Braxy im Ziel sein! Beeilung! Ja! 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 Kommt schon, Leute! Ja! Oh! Auf ihn! Oh, nein, ey! Nein, nein, nein! Ich bin im Ziel! Ja! Ach, Mann! Leute, ich hab's geschafft! Schaut mal! Du bist ja jetzt auch im Ziel, du Blutmann! Und weißt du, was das heißt? Dass wir jetzt gleich alle kämpfen werden! Aber ich krieg' einen extra Punkt, weil ich war als allererstes von euch im Ziel! Na gut, einen Punkt kriegst du! Okay! Das heißt, Leute, jetzt wird der ultimative Kampf anstehen! Es wird insgesamt drei Runden geben! Wer alle gewinnt, gewinnt das komplette Lucky Block Rennen! Ihr müsst mir alle die Daumen drücken, dass ich's schaffe, Leute! Kommt schon! Ich würd sagen, wir gehen jetzt auf die Renna-Arena! So, Leute! Wir haben uns jetzt alle draußen versammelt für den epischen Kampf! Seid ihr alle bereit, Freunde? Na klar! Wir sind bereit! Okay, ihr habt's gehört, Leute! Jetzt wird der epische Kampf beginnen! Ich würde sagen, in der allerersten Runde werde ich gegen meinen kleinen Bruder Jimmy kämpfen! Und ihr beide, passt auf, okay? Mhm! Du wirst sowas von verlieren, Lumi! Das wirst du noch sehen! Okay! Braxy und Odi, ihr passt auf, dass er nicht schummelt, okay? Okay! Dann würde ich sagen... Oh, er holt schon seinen Bogen raus, Leute! Das ist nicht gut! Oh, und ich hab' auch keine Goldäpfel mehr! Hm! Okay, egal! Ich werd' auch meinen Bogen rausholen! Okay! Ich würde sagen, die Spiele beginnen in 3, 2, 1... Ey, du hast früher angefangen! Du hast gar nichts gesagt! Du wirst schon sehen! Ich werd' dich platte machen! Aua, das tut mir! Du hast keine Chance! Shit, ich block nicht mit meinem Shit! Du kannst gar nichts! Ich werd' das gewinnen! Na klar, werd' ich das gewinnen! Du hast keine Chance! Ich werd' dich platte machen! Nein, bist du nicht! Hast du keine Goldäpfel mehr? Shit zum Einsatz! Du kannst gar nichts gegen meinen Shit! Na ja, guck mal! Ich ess' sogar einen Goldapfel, weil ich so viele hab' Ha-ha-ha! Ess doch deinen Goldapfel! Oh, jetzt! Komm her! Muss ich dich doch endlich haben! Das gibt's doch nicht! Oh nein, bitte nicht! Ey! Hör' doch auf! Wollen wir nicht lieber reden, Lumi? Komm schon! Nein, wir reden heute nicht! Heute heißt es, gewinnen oder verlieren! Dann verlierst du wohl! Haha! Du wirst nicht verlieren! Oh! Oh! Doch! Er hat verloren! Oh! Oh! Leute! Ich hab' die erste Runde gewonnen! Habt ihr gesehen? Und das alles dank eurer Hilfe, weil ich dank euch so gute Items bekommen hab' Danke! Okay! Jimmy ist jetzt ausgeschieden! Wer traut sich als nächstes? Odi oder Braxy? Hä? Ich fress dich! Du willst mich fressen? Leute! Vor Braxy hab' ich ehrlich ein bisschen Angst, weil er hat auch echt gute Sachen! Leute! Ihr müsst mir alle die Daumen drücken, dass ich's schaffe! Aber ich werd' mein Bestes geben! Also Leute! Glaubt ihr an mich? Gut, Braxy! Dann würd' ich sagen, geh auf deine Position! Die Kämpfe werden gleich beginnen! Braxy, bist du bereit für den einzig wachen Kampf um Leben oder Tod? Ich bin bereit! Komm, wenn du dich traust! Okay, Odi, du passt auf, dass keiner schummelt, ja? Ja! Okay, Braxy! Ich würde sagen, ich werd' dich aufessen! Ha! Bist du bereit? Drei, zwei, eins, los geht's! Zack! Na, du dumm Kopf! Nein! Jetzt heißt es kämpfen! Oh, nein, er macht echt viel Schaden, Leute! Komm her, wenn du dich traust! Ich hab' nur noch zwei! Ich werd' dich aufessen! Herzen! Banana Game! Aua! Ja! Mein Bogen hat mich gerettet! Ich hab' nur noch ein anderthalbes Herz! Leute, wir sind einfach die Besten! Wir haben's geschafft! Jetzt ist nur noch Odi dran! Und dann haben wir das Lucky Block Rennen gewonnen! Wir sind die Besten! Cool! Okay, somit ist Braxy auch raus! Das heißt, nur noch Odi ist übrig! Okay, Odi, bist du bereit für den einzig wachen Kampf? Ich bin bereit! Ich hab' Goldschuhe an! Und damit werd' ich dich so besiegen! Du willst dich besiegen! Ha! Da juckt mich doch mein Kopf nicht mehr! Es heißt Angriff! Ah! Oh, los geht's! Ein Pfeil hab' ich getroffen! Was machst du dagegen, Odi? Hört was? Nicht meine Rüstung! Ich werf' dich mit Eiern ab! Schlag mich doch! Aua! Tut mir nix! Tut mir nix! Ha! Gegen mein Schild kannst du nix, Odi! Hä? Was willst du gegen mein Schild machen, Odi? Hä? Odi, mein Schild kann dir nix! Bauer dich ab! Stattdessen werd' ich dich jetzt platt machen! Ein letzter Schlag! Komm schon! Odi! Au! Oh! Ich hab' ihn! Wir haben's geschafft, Leute! Oh mein Gott! Wie cool! Ich hab' das Lucky Block Rennen gewonnen! Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und checkt meine Freunde in der Beschreibung ab! Und bevor ihr geht, müsst ihr noch auf das Video draufdrücken, was neben meinem Kopf hier angezeigt wird! Das ist auch echt cool! Schaut's euch an! Und jetzt, bis zum nächsten Mal! Tschüss!